ich bin hier aktuell in den vitalismen oder wie die heißen im alten bereich und ich bin ja in einer zweigung ich zeige euch das mal eben von hier vorne und zwar war da hinten der gang mit den pilzen dann bin ich rechts rum gelaufen von den pilzen aus und hier ist etwas am strahlen da gibt es irgendetwas wo ich fünf sachen rein setzen kann ich weiß allerdings nicht was das für sachen sind ja dieses rätsel habe ich nun gelöst und werde es euch ganz detailliert im folgenden video erklären ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu disney dreamlight valley ich hatte ja schon in der vorletzten folge glaube ich war es oder sollte es jetzt gewesen sein dann angekündigt dass wir etwas richtig richtig kompliziertes machen werden das ist etwas wo ich verzweifelt dran bin weil ich bin überall rumgelaufen habe keine wirklichen hinweise bekommen habe dann mal das internet befragt und es wussten tatsächlich nur zwei seiten darüber bescheid ich gehe ganz stark davon aus dass die von den machen also sprich von disney ja eine instruktion dazu bekommen haben ich kenne das ja wenn ich spiele vorstelle dass man da schon mal anweisungen bekommt und ja also und zwar geht es um dieses schimmernde wasserbecken was wir gerade gesehen haben wir haben irgendwann mal in einer folge davor haben wir drei kartoffeln gesammelt das muss ich dazu sagen diese goldene kartoffel war es glaube ich ich habe mir hier extra alles ausgedruckt genau diese goldene kartoffel dazu müsst ihr einen einlöse code eingeben einfach unter einstellungen gehen und unter hilfe und dann den code eingeben den werde ich jetzt auch mal kurz hier unten einblenden falls ihr den nicht habt weil ich glaube ich hatte ihn damals entweder als nachricht bekommen oder was internet ich bin mir nicht ganz sicher dann könnt ihr die goldene kartoffel aus dem briefkasten nehmen achtung die ist nur begrenzt da drin ja gültig sage ich jetzt mal also die ist nicht die ganze zeit über da drin die hat ein gewisses zeit limit dann ja was wir damit machen das werde ich euch jetzt noch nicht sagen aber so erhaltet ihr die kartoffel ich selber weiß es jetzt nicht mehr woher ich die anderen kartoffel habe aber laut internet die blaue kartoffel die ich habe die kann man anscheinend irgendwo hier in der umgebung finden dann die rote kartoffel findet man wohl in remis haus steht hier in einem glitzernden küchenschrank und ja ich habe mir das extra ausgedruckt es sind fünf diner vier seiten ausgedruckt mit kleiner schriftgröße und ganz ehrlich das würde ich niemals alleine hinkriegen bin ich auch ich ganz ehrlich das sage ich euch so so wir werden jetzt allerdings mal gucken wir haben jetzt diese drei kartoffeln die blaue kartoffel das ist jetzt die die wir jetzt aktuell brauchen für das schimmernde becken dazu müssen wir einmal ins reich von vajana rein mit m und dann t und die reiche einmal ins reich von vajana so und hier soll man eine blaue muschel finden übrigens ich hatte zwischendurch noch mal nachgeschaut also die blaue hier diese blaue kartoffel die gibt es in der höhle von ursela da könnt ihr die finden und das besonders gemeine hier dran ist dass man hier durchs wasser laufen kann aber wohl so unsichtbare wände hat also nicht überall weiterkommt wir aber da hinten hin müssen wo dieser große felsen ist das ist als ob die hier festklebt die bewegt sich gar nicht mehr gerade so also ihr seht schon ihr könnt immer nur an gewissen stellen weiterlaufen da müsst ihr halt wortwörtlich gegen unsichtbare wand laufen und ihr seht hier auch schon was leuchten da ist es und das ist die blaue muschel die wir brauchen ich setze mal nach hier unten sehr schön dann können wir wieder rausgehen seid ihr nun wieder zurück müsst ihr zum schillernden strand gehen und hier auf diese insel gehen wo ihr diese ich sag mal runen steine hingestellt habt da geht ihr dann zum boot und geht auf die insel von ariel und da haben wir im endeffekt jetzt wieder das gleiche spielchen wir müssen ich glaube da vorne hinkommen und es sind wieder unsichtbare wände überall ja genau hier vorne da müssen wir da nämlich jetzt einen seestern finden da müssen wir uns dann ziemlich durch kämpfen ich weiß natürlich jetzt auch den weg nicht auswendig ich weiß nur es ist sehr nervig so und hier haben wir es dann hier haben wir dann den blauen seestern gefunden wenn ihr nun wieder zurück seid dann geht ihr ungefähr hier hin an den schillernden strand zu dieser ja ich sag mal mysteriösen höhle da müssen wir dann den ganzen weg komplett runter gehen und ich denke mal ihr merkt mittlerweile warum ich davon ausgehe dass disney diesen zwei seiten die infos gegeben hat weil kein normaler mensch so etwas rausfinden würde und irgendwo hier müssen wir durch und ihr seht es hier schon schimmern da ist dann ein blaues buch als nächstes müsst ihr in die ich glaube sie hieß vitalismine oder vitalismine gehen da müsst ihr hier ihr könnt natürlich von beiden seiten reingehen ich gehe mal von rechts rein einmal dem weg folgen solange bis ihr kurz vor diesen pilzen seid also da gibt es ja einen pilzgang den man sehen kann der jetzt hier gerade auskommt dann hier einmal davor links also von mir aus gesehen vorher links abbiegen und dann gibt es hier eine nachtdorne und da hinten seht ihr es schon schimmern und man kann tatsächlich da drüber laufen und irgendwie ja so und damit haben wir dann den blauen edelstein auch zusammen bekommen dann gehen wir den gleichen weg jetzt wieder zurück und gehen zum wasserbecken ich hoffe das finde ich jetzt noch auf anhieb ja genau einfach durch die pilze durchgehen und dann rechts halten und da legt ihr jetzt alle sachen hinein dadurch haben wir jetzt den schimmernden blauen trank erhalten und jetzt muss ich euch leider sagen dass das noch nicht alles war weil das müssen wir jetzt mit jeder kartoffel quasi wiederholen indem wir bei jeder kartoffel ja diverse sachen machen müssen damit wir entweder die kartoffel finden oder eben einen trank bekommen und was ihr genau dabei machen müsst das zeige ich euch jetzt dann hatte ich ja bereits erwähnt dass wir eine goldene kartoffel erhalten haben wie gesagt ihr braucht nur unter die einstellungen rein zu gehen auf hilfe zu gehen und dort den einlösungs code den ich hier auch noch mal einblenden werde eingeben dann erhaltet ihr in eurem briefkasten die goldene kartoffel mit dieser kartoffel gehen wir dann wieder in diese ja mysteriöse höhle sage ich jetzt mal rein da müssen wir dann ein bisschen hier runter laufen bis hier irgendwo das müsste es sein genau bis hier diese raute kommt mit dem e und den fragezeichen da legen wir die kartoffel hinein und erhalten eine goldene möhre mit dieser goldenen möhre gehen wir jetzt wieder hinaus da können wir jetzt aber leider nichts mit machen sondern die müssen wir jetzt ebenfalls noch mal tauschen mit dieser goldenen karotte gehen wir dann etwa hier oben hin unter den eisigen höhlen und betreten diese ja ich sag mal eisige höhle und direkt hier vorne auf dem tisch liegt wieder so eine raute die klicken wir einmal an da machen wir die goldene karotte rein beziehungsweise legen die drauf und erhalten eine goldene krabbe mit dieser goldenen krabbe gehen wir dann zum schloss also zum normalen schloss was immer schon hier steht und da müssen wir dann die treppen hoch und ganz nach oben gehen so da wo diese dieser brunnen ist und hier vorne in der ecke liegt wieder so ein raute zeichen und da tun wir jetzt die goldene krabbe hinein und dann bekommen wir einen goldenen nachtdorn mit diesen goldenen nachtdorn gehen wir zu merlins haus denkt dran bei mir steht es jetzt woanders und damit können wir nun einen trank herstellen und zwar liegt hier rechts wieder eine raute drauf wir tun den nachtdorn da rein und erhalten den gold schimmernden trank dann geht es jetzt um die rote kartoffel wie gesagt die findet man in remis haus in einem glitzernden küchenschrank wenn ihr die einmal gefunden habt dann geht er zu einer beliebigen kochstelle hin und zwar müsst ihr dort das folgende rezept machen ihr braucht einmal die rote kartoffel einmal slush eis einen hummer einmal chilischoten und einmal himbeeren und einmal himbeeren also nochmal die rote kartoffel braucht ihr einmal slush eis einen hummer einmal chilischoten und einmal himbeeren das kocht ihr dann zusammen und ihr haltet den geisterroter eintopf ihr geht danach reist ihr ins reich ratatouille wo ihr dann zur durchreiche hier geht und da werdet ihr das ganze dann hinein tun dadurch erhaltet ihr den dritten trank den wir brauchen nämlich den tobenden roten trank um nun die lilane kartoffel zu bekommen müssen wir eigentlich gar nicht so viel machen wir müssen nur einmal hier oben hin zu den eisigen höhlen oben rechts porten ihr müsst allerdings das ist die voraussetzung die quest der große schneesturm gemacht haben ich meine das war die quest mit elsa dadurch erhaltet ihr dann zugriff hier auf diesen raum und wir haben hier hinten ein portal drin da nähern wir uns jetzt mal an und da können wir mit reden und wir backen ein bisschen rum da ist eine art stimme die aus dem portal kommt sprich das richtige wort oder geh so und da haben wir jetzt hier eine sehr lange reihe von wörtern die wir eingeben müssen wir fangen an mit kartoffel ja der sagt halt hier immer das gleiche quasi kartoffel danach kommt dann buch das dritte wort ist träume das vierte wort ist hegitus pigitus danach kommt fugu dann müsst ihr auf kristall klicken dann auf sammeln das nächste ist dann ha ich habe mich jetzt fast vertan hier das nächste ist dann vergessen nicht zu verwechseln mit das vergessen nur vergessen dann müsst ihr auf himbeere klicken und am ende müsst ihr noch auf magie klicken ich habe meine bilanz gezogen du hast gut gelernt meine geheimnisse sind deine um sie zu lüften ja und wenn wir denn hier raus kommen würden was nicht passiert weil wir gerade verbackt sind dann sehen wir auf jeden fall da vorne die lila an der kartoffel ja und mir blieb jetzt leider nichts mehr übrig als das spiel nochmal zu speichern zu beenden und dann konnte ich nochmal reingehen und wir sehen hier wir haben hier die lila kartoffel mit dieser lila kartoffel könnt ihr jetzt an eine werkbank gehen und dann seht ihr unter zaubertrank und verzauberung wir können nun den herrschaftlichen lila trank erstellen da braucht ihr nur die kartoffel für und ein leeres fläschchen somit habt ihr dann die vierte zutat die wir benötigen übrigens wenn ihr euch fragt wie man auf die passwörter kommt beispielsweise hier in der ecke da lag so ein kleines ja ich sag mal buch da konnte man ein passwort raus hören beziehungsweise raus lesen die sollen wohl überall hier in disney dream light versteckt sein um nun die orange kartoffel zu bekommen müssen wir so einiges tun und zwar mussten wir durch eine quest ich glaube es war bei dagobert der zweite teil der schatz suche heißt die nämlich mussten wir eine spezielle brille holen und zwar diese hier das ist die brille der schatten die müssen wir auf jeden fall besorgen bevor wir weitermachen können wenn wir uns nun ins schloss begeben und nach rechts vorausgesetzt dass wir das schon durch die quest freigeschaltet haben dann können wir hier in mickeys geheimen raum reingehen und wir sehen hier auch direkt schon wieder mit e und drei fragezeichen das sieht so ein bisschen golden aus das nennt sich aber orange nach kiesel das kann ich euch auch kurz zeigen hier orange nach kiesel da müssen wir insgesamt drei stück hier aus dem raum holen hier am anfang lag noch einer drei stück sind hier drin da gehen wir wieder zurück und müssen noch weitere vier hier im traum schloss selber finden ein findet hier ja ich sag mal auf der zweiten etage ich kann es euch nicht so gut zeigen direkt über dem symbol von der eiskönigin hier an dieser stator den zweiten findet ihr wenn ihr nach ganz oben lauft hier in der ecke bei dieser pflanze da wo es auch mickeys brunnen gibt dann liegt noch einer ganz unten links also im prinzip wenn ihr rein kommt direkt hinter der säule auf der linken seite hier nur kurz eine kleine anmerkung weil die anleitung bei mir falsch war es gibt nur drei teile die hier im schloss vorhanden waren dafür gab es aber bei vajana vier teile dann gehen wir einmal in vajanas welt rein da können wir uns dann umdrehen finden den ersten kieselstein ich will immer kartoffel sagen ich weiß nicht warum für mich sehen ja auch wie kartoffeln dann hier am lagerfeuer finden wir den zweiten kieselstein genau und hier in der nähe von dem kokosnussbaum finden wir den dritten kieselstein ja und entgegen den listen die ich im internet gefunden habe gibt es hier noch ein viertel vierten kieselstein dann können wir auch die insel wieder verlassen wieder zurück gehen wir weiter nach ratatouille dort müssen wir jetzt durch die ganzen zutaten durch bis zur ecke also ihr vermutlich eher nicht da findet ihr ebenfalls einen kieselstein das ist auch im übrigen der einzige in diesem bereich dann gehen wir ganz nach links in wallys bereich da gibt es denn wenn ich da durchkomme direkt hier rechts am bäumchen einen kieselstein hier hinten in der nähe der werkbank ist noch ein kieselstein und das waren auch die einzigen in diesem bereich nun geht es eins höher zur toy story welt da haltet ihr euch direkt links am eingang da gibt es einen kieselstein wenn ihr hier in den schrank rein lauft auf der linken seite gibt es noch einen kieselstein wenn ihr wieder zurück zum eingang lauft geradeaus und dann rechts rum wo dieses große buch ist da ist ebenfalls noch ein kieselstein und dann einmal hier bei der großen decke also wenn ihr quasi rein gelaufen seit links rum wo hier auch der teddy bear liegt da ist dann noch ein fürchter kieselstein das waren da noch alle in diesem bereich als nächstes gehen wir zur eiskönigin der zweite kieselstein ist wenn ihr wieder hier im eingangsbereich seit vor diesen ja großen steinen sage ich mal direkt dahinter befindet sich der zweite kieselstein wenn ihr vom startpunkt da hinten aus geradeaus lauft und so ein bisschen links rein diesen weg hier entlang lauft dann kommt ihr hier an diesen gebilde rechts geht es dann über den ich sag mal felsigen matschigen weg weiter ihr haltet euch aber links wo es rot ist da geht ihr ein bisschen weiter rein und hier rechts hinter diesen großen felsen da befindet sich ein kieselstein nun geht ihr den weg wieder zurück wie gesagt von rechts seid ihr rein gekommen ihr haltet euch jetzt aber so geradeaus ihr geht hier überall an diesen nervigen kratern vorbei und wo rechts dann dieser rötliche steinübergang kommt haltet ihr euch nach links dann taucht links nämlich ein kleiner see auf und hier rechts ist auch noch mal ja so ein fluss da geht ihr dann rüber da links ist übrigens auch der ausgang und hier rechts ist ebenfalls noch mal ein kieselsteinchen ja wie ihr seht wir haben jetzt alle 20 orangenen kiesel gefunden damit werden wir uns jetzt aufmachen zur nächsten werkbank und wenn wir diese jetzt benutzen wenn es uns angezeigt wird dann gehen wir unter funktionale gegenstände und dann ist hier das rezept für eine orangene kartoffel die werden wir jetzt herstellen und wenn ihr nun hier auf zaubertrank und verzauberung geht finden wir den neuen elektrisierenden orangenen trank da braucht ihr dann wieder ein leeres fläschchen für und die gerade hergestellte orangene kartoffel somit haben wir jetzt erstmal fünf von den tränken zusammen so um nun die grüne und damit letzte kartoffel zu finden müssen wir leider angeln und zwar haben wir überall diese fläschchen hier im wasser die können wir leider nicht so nehmen wie man sieht sondern die müssen wir raus angeln ich hoffe dass ich das jetzt auch einigermaßen so treffe ja und damit haben wir die erste smaragd flasche von diesen müsst ihr insgesamt 16 stück in ganz England finden hier hinten seht ihr beispielsweise wieder eine flasche ich könnte hier noch ein paar schlitten gebrauchen ihr müsst aber immer darauf achten dass dann auch tatsächlich dieser goldene kreis drumherum ist wenn ihr angelt weil ich hatte jetzt gerade das pech ich hatte nicht darauf geachtet und dann war noch so eine weiße angel stelle darüber die nächste angel stelle ist direkt hier am strand wo ja diese kleine hängebrücke sage ich mal ist dann etwas weiter runter wenn man hier die treppen runter läuft ein bisschen auf der rechten seite gibt es die vierte flasche die fünfte flasche findet befindet sich bei mir hier neben dem turm das glänzt dann auch immer so ein bisschen ich hätte es jetzt fast gar nicht gesehen weil dieses ganze ja muss ist das nicht diese ganzen seeblätter darüber sind ich muss allerdings dazu sagen ich weiß nicht ob die orte immer die gleichen sind aber sie sollen euch zumindest ein bisschen orientierung geben wo ihr gucken könnt falls ihr ja so gar keinen plan habt oder irgendetwas vielleicht nicht findet die sechste flasche wäre dann hier auch in der nähe vom turm der ist dahinter die siebte flasche befindet sich hier oben in der sonnigen ebene die achte flasche befindet sich hier oben in dem kleinen teich im vergessenen tal heißt es glaube ich vergessenen land die neunte flasche findet sich hier etwas versteckt zwischen dem übergang mit den steinen und direkt in der nähe von der brücke hier oben bei den eisigen höhen die neunte flasche befindet sich hier unten auch in der nähe der eisigen höhlen und in der nähe von dem übergang hier vorne von der brücke dann gibt es noch eine flasche hier unten am schillernden strand beziehungsweise auf der karte oben das ist dann hier vor dem eingang eine flasche gibt es noch hier an dem kleinen see auf der lichtung des vertrauens eine weitere flasche findet ihr hier oben auf der sonnigen ebene am fluss falls ihr diese flasche auch findet dann solltet ihr aber darauf achten dass ihr nur dann das ganze angeln könnt wenn tatsächlich die sternchen auftauchen das ist leider nur von dieser seite aus möglich von der anderen seite wo dieser kleine stein sag ich mal ist konnte ich es leider nicht angeln eine weitere flasche ist gut versteckt und zwar hier auf der der wiese direkt an diesen kleinen teich hier unter diesen schilf oder was das ist und man kann es nur dann sehen wenn man tatsächlich direkt daneben steht dann auf der anderen seite der wiese nämlich hier an diesen großen teich gibt es ebenfalls nochmal eine flasche die auch wieder nur erkennbar ist wenn ihr näher rangeht und die letzte flasche die ist hier auf der lichtung des vertrauens ich musste leider lange lange suchen nämlich hier oben wo dieser ja ich sag mal etwas spitzere stein ist leider ist die ganze zeit es ist wunderbar da kommen wir nicht so richtig hin glaube nicht dass das richtig ist andererseits sehe ich keine farbe ich bin mir nicht sicher ob wir jetzt genau getroffen haben doch wir haben getroffen okay also da könnt ihr leider diese goldene farbe nicht sehen damit haben wir dann endlich die 16 flaschen voll 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 16 dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr zu tun als zu einer werkbank zu gehen da beziehungsweise das könnt ihr ja schon vorher machen könnt ihr die flaschen benutzen es reicht wenn ihr eine benutzt daraus erhaltet ihr dann smaragd grüner splitter und dann seht ihr die restlichen flaschen sind jetzt auch alle noch hier drin das heißt die müssen wir jetzt alle einmal durch machen ich habe es jetzt natürlich nicht ausprobiert aber ich denke dass ihr die flaschen auch unterwegs schon benutzen könntet damit ihr dann halt nicht so viel platz verbraucht da sich ja leider leider die flaschen nicht gesteckt haben im gegensatz zu den schlittern dann geht ihr einmal auf zaubertrank und verzauberung und stellt einen kristall aus jade her danach müsst ihr nun wieder in die vitalis mine gehen einmal dem weg folgen bis zu dem geheimgang wo wir ja schon ein paar mal drin waren und hier rechts seht ihr dann schon diese leuchtende kugel damit interagiert ihr einmal und dann erhaltet ihr den grünen samen nun müsst ihr einfach irgendwo hier ins vergessene land gehen einmal ein kleines luch sage ich jetzt mal schaufeln und da könnt ihr dann den wundersamen einpflanzen ich weiß jetzt nicht ob man vorher gießen muss ich mache es aber mal hilfreich ist jetzt entweder ihr wartet jetzt eine ganze weile bis das ganze ja sich entwickelt hat oder wenn ihr nicht warten wollt dann könnt ihr einmal ein wundersames wachstums elixier nehmen beziehungsweise herstellen falls ihr noch keins bekommen habt durch die quest wobei ich glaube man musste tatsächlich die quest machen damit man das überhaupt erstmal herstellen kann die gab es definitiv bei merlin wir nutzen einmal das wachstums elixier haben das ganze jetzt in der gießkanne drin ja und ihr seht schon ich habe leider einen kleinen fehler gemacht dadurch bedingt dass das jetzt hier in dieser gießkanne drin ist hätte ich natürlich das ganze mit der gießkanne gießen müssen entsprechend kann ich da jetzt leider nicht mehr nachhelfen das heißt ich muss jetzt warten aber das ist nicht so schlimm dann machen wir halt einen kleinen cut und ihr seht sofort wie das ganze weitergeht so und da sind wir wieder zurück ihr könnt schon diese große pflanze hier neben mir sehen und wenn man drauf geht dann kann ich sie auch einmal abernten und wir haben genau das was wir gesucht haben wir haben die grüne kartoffel endlich endlich also es hat jetzt ein paar stunden gedauert in real aber ja es hat heute auf jeden fall noch funktioniert wenn ihr euch nun an eine werkbank begibt dann könnt ihr unter zaubertrank und verzauberung ein neues rezept finden und zwar für einen grünen kristalltrank dafür braucht ihr die kartoffel den kristall aus jade und das leere fläschchen den stellt ihr her und ihr seht schon wir haben jetzt alle tränke also alle kartoffel schrägstrich getränke die wir brauchen beziehungsweise tränke nicht getränke sechs stück sind das insgesamt einmal der herrschaftliche lila trank dann der grüne kristalltrank der elektrisierende orangene trank der schimmernde blaue trank der gold schimmernde trank und der tobender rote trank daraus könnt ihr nun den regenbogentrank herstellen wenn ihr den regenbogentrank habt dann geht ihr zurück zum allerersten brunnen und hier in die ecke damit ihr das dunkle schloss erreichen könnt dort angekommen müsst ihr euch einmal hier hoch bewegen dann geht ihr vor den dornen hier rechts hin und da sieht man schon diesen fuchs sage ich jetzt mal da klickt ihr drauf es war auch wieder markiert mit e und fragezeichen setzt den trank ein und erhaltet den regenbogen fuchs das ging jetzt natürlich alles sehr schnell wenn ihr jetzt allerdings wieder aus diesem bereich vom dunklen schloss raus geht weil da funktioniert es warum auch immer nicht dann könnt ihr auf v drücken zumindest am pc auf garderobe und dann auf begleiter klicken und dort werdet ihr dann ganz unten den regenbogen fuchs sehen so sieht der kleine aus und ja ist schon ziemlich niedlich muss man sagen ich weiß aber nicht ob ich ihn gegen mein schweinchen austauschen möchte weil das finde ich immer noch am niedlichsten aber sieht richtig cool aus das muss man denen auf jeden fall lassen ja und das war auch schon alles was ihr machen müsst ich bedanke mich fürs zuschauen lasst gerne einen daumen nach oben und oder noch einen kommentar da wenn euch das video weiter geholfen hat und wir sehen uns dann im nächsten video vielen dank für dein like wenn du mehr davon sehen möchtest darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren wir sehen uns dann